Hi Leute, Pforti hier. Ja, ich bin weg. Das heißt gleich. Also gleich in ein, zwei Stunden. Und weg heißt nicht komplett weg, sondern einfach nur für eine Woche und ein paar Tage im Urlaub. Also ich mache Urlaub mit meiner Freundin selbstverständlich, nicht alleine. Und ja, heute ist es ein bisschen stressig und gestern, ja gut, gestern ging es, ja, Sachen packen, vorbereiten, alles irgendwie, ja, schick machen, keine Ahnung. Und natürlich auch ein paar Sachen hier auf YouTube noch vorbereiten, damit ihr auch ein bisschen was zu gucken habt, während ich nicht da bin. Ja, also was habe ich vor? Heute, also gleich in ein, zwei Stunden fahre ich los Richtung München Hauptbahnhof, äh, haben nicht Hauptbahnhof, äh, Flughafen natürlich, weil da kommt meine Freundin an und dann hole ich sie ab vom Flughafen, sie war jetzt ein paar Tage in Italien, ohne mich. Und dann fahren wir nach Fischen im Allgäu. Okay, da verbringen wir ein paar Tage, äh, ja, in einem schönen Sporthotel, äh, keine Ahnung, ein bisschen Wellness, ein bisschen Entspannung. Und dann fahren wir weiter in die Schweiz, in der, in der Nähe von Zürich. Da haben wir ein paar Sachen zu erledigen, äh, das heißt, da bleiben wir auch ein paar Tage. Und dann fahren wir schon Richtung München wieder, also beziehungsweise nach München. Dort findet ihr auch, äh, ja, das Finale, das, das, äh, große, äh, oder die großen Landfinals der Lioncast CSGO Masters, wenn ihr das, äh, noch nicht vergessen habt. Und ich würde mich freuen, wenn einer, oder wenn der eine oder andere von euch, äh, da vorbeikommen würde. Der Eintritt ist ja kostenlos, vielleicht sehen wir uns ja da. Schreibt mir einen Kommentar, falls ihr vorhabt, da hinzugehen. Würde mich ja auf jeden Fall interessieren. Und ja, wie gesagt, ich habe hier noch ein bisschen was zu tun, ähm, die Woche darauf, wenn wir, also wenn ich wieder da bin, das nächste Wochenende, sprich vom 8. bis 10. findet ja schon die ESL One in Köln statt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich da hinfahre. Äh, also es gibt Überlegungen auch schon länger, es steht aber noch nicht fest. Also, vielleicht könnt ihr aber trotzdem von euch ausschreiben, wer von euch da hingeht, wer von euch hätte Bock, mich da vielleicht zu treffen. Wie gesagt, ich kann es euch noch nicht versprechen, äh, ich muss es mir noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und gucken, was sonst noch anfällt, also ob ich das hinkriege oder nicht. Und da ist ja vielleicht sogar irgendwie an dem Wochenende zumindest das, äh, EM-Finale. Ich glaube am Sonntag oder so. Ja, ähm, ansonsten, puh, ja, ich habe eine neue Kamera. Ich weiß nicht, ähm, halte jetzt hier die Kamera mit dem Stativ in der Luft. Das ist auf Dauer ein bisschen anstrengend. Ähm, sonst hatte ich ja hier meinen alten Camcoder und die neue. Äh, Canon, ähm, PowerShot G7X. Ähm, also das ist ja gleichzeitig der Test für die Kamera. Ähm, ich hoffe, ich muss das Video gleich nicht irgendwie übermäßig bearbeiten oder so, lad das einfach hoch. Genau, ich wollte einfach loswerden, dass ich jetzt die nächsten, ähm, ein, zwei Wochen quasi, naja, nicht da bin. Es werden, werden auf jeden Fall ein paar Videos kommen, aber ich werde nicht so viel Gelegenheit haben, äh, da auf eure Kommentare einzugehen. Also nicht wundern. Ansonsten, ja, viel Spaß beim, ähm, was auch immer. EM geht ja morgen weiter und, ähm, ja, wünsche euch eine angenehme Zeit und bis denn. Ehm, ja, viel Spaß beim, ähm, ja, viel Spaß beim, äh, 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 viel Spaß beim,